Das ist wahrscheinlich der Grund, wieso ich früher nie geschafft habe das Spiel, weil ich da immer das Essen nicht so ganz mitgenommen habe. Jetzt gehen wir zum Ziel! Oh, noch ein Leben! Guckt euch mal oben das Gesicht an von Rocky! Nödlich! Jetzt guckt er richtig glücklich und zufrieden. Und da ist auch das Ende! Sunset stage cleared. Hurry up, no bonus. Ja, ich habe zu lange gebraucht. Ich hätte es schneller beenden können, aber dann hätte ich zwei Leben nicht gekriegt. Das ist schade dann. Hey Rocky! How are you doing, guy? By the way, have you heard about the monster egg? The monster egg? The monster egg? I heard that there is an egg large enough to serve 100 people omelettes. Yummy! Don't worry, I can finish it all by myself. Was glaube ich ihm sogar, der frisst so viel wie Ruffy. Oder vielleicht noch mehr, wer weiß. Where is it anyway? It's on the top of the metro tower. Are you going there right now? Er ist so viel schneller mit seinem Skateboard. Okay. Yeehei! Was ist das denn hier für ein Level? Das kenne ich ja gar nicht. Ah doch, ich kenne es. Jetzt kriege ich erstmal wieder Blumenware. Oh nö, der Scheiß. Den konnte ich nie. So ein richtiger Moment, wenn er da hochkommt. Ey, das ist scheiße. Alter, der Quich am Fimmel, ey. Das ist ein Scheißspiel. Ich sehe jetzt schon, dass mir das ganz so gar nicht gefällt. Hier, das ist die Runde. Bring mich nach oben, Scotty. Oh. Stachel ich das Ganze. Und wieder normale Haare. Mehr oder weniger normale. Ich meine, wer läuft so rum? Für ihn steht's. Nee, nee, nee. Ich will mich einer mutwillig sabotieren. Ach, er. Piss dich, Junge. Und da dran kommt, das sieht ein Blinder. Jippie, was gibt's hier? Da spule ich immer ein bisschen, weil ich da nicht weiß. Aber weil wir das ja eh schon kennen, ne? Meine Haare werden die Dinger da ab. Okay. Hilfe. Du, 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 du. Ich muss dich doch mal dahinziehen. Ich geh in die falsche Richtung. Okay, jetzt lauf mal, mein lieber Rocky. Boah, ist ein bisschen Anlauf da rüber? Exit? Oh. Komisches Exit. Mal rüber gerannt. Ja, ich hoffe, das spiel ja jetzt besser. Ich hab jetzt Safe Stays. Das brauch ich mir nicht mehr die Sorgen machen, dass ich gehen rübergehe. Ich kann so noch nie viel leben, wo ich das jetzt da oben sehe. Das sieht richtig süß aus. Okay. Mal rauf. Jippie. Mal rauf. Nee. Mal rauf. Mal rauf. Ich muss nicht mehr hoch. Äh, scheiße. Ich muss nur hochkommen. Okay. Man kommt nicht so da hoch. Ja, mei. Ist das ein Wörter? Ist das ein Wörter? Ist das wieder Blümchenhaare? Äh, nett schön. Sogar nicht schön. Wie lang ist das Level? Ich habe aber auch keinen Checkpoint irgendwie. Checkpoint Rocky. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Muss ich mal vorbei? Bitte, bitte, bitte. Bitte lässt es vorbei sein. Bitte, bitte. Da ist ein Checkpoint erst, würde mich verraschen. Okay. Okay. Ach dey. Ja, da will ich hin. Da gibt's Füt. Da gibt's Füt. Mist, warum wäre es nochmal weiter hochgegangen? Äh, ich will da hoch. Äh, wofür? Für nix. Äh, wofür? Für nix. Was, ich will da, ôl bisschen Knowledge. Büdül, lass es zu Ende sein. Weg mehr Blumenhaare. Oh, hey da. Ich will da hoch. Fuh, da. Da oben ist ein Level. Ob ich ihn da dran? Ich will da dran. Lass mich da dran. Hilfe. Warum nicht? Da kann ich mich irgendwie nicht dran. Kann das sein? Oh Gott, das ist ein Scheißlefon. Das dauert so lange. Noch neue Haare. Oh, Ende. Toll. Metro Tower One. One. Hurry up. Ich krieg immer noch Geld dafür. Punkte, na toll. Ich bin total angetan davon. What a huge egg. Das ist doch kein großes Ei. Blödtrottel. Oh no, I dropped it. I've got to catch it before it smashes to the ground. Das ist das blöde Ei. I'm fallen die Augen raus. Habt ihr das gesehen? Nee, ich mach hier oben load, save, starb, stopp und beende den Part hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Rocky Rodant. Bis dann.